Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um ein kleines Q&A. Los geht's! So, Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um ein kleines Q&A. Ich habe auf Instagram dazu aufgerufen, quasi mir eine Frage zu stellen und diese möchte ich in diesem Video so ein bisschen, ja quasi, beantworten. Ich habe ein paar coole Fragen auf jeden Fall am Start. Dementsprechend will ich gar nicht lange drum herum reden und wir fangen einfach mal an mit den Fragen. So, Leute, fangen wir an mit Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 1 ist, machst du noch Sport? Ist eine gute Frage, weil, ja, gerade die Situation relativ schwierig ist. Ich versuche es gerade wirklich, mich dazu aufzuraffen, weil eigentlich bin ich der typische, ich gehe ins Fitnessstudio-Typ. Ich habe kurz vor dem letzten Lockdown mich beim Crossfit quasi angemeldet und wollte da einfach mal durchstarten, weil ich sowas schon mal vor Jahren gemacht habe und mir das sehr gut getan hat. Habe ich mir eigentlich vorgenommen, das Ganze zu machen. Aber aktuell, wie ihr wisst, ist alles dicht, man darf nichts machen, ist ein bisschen heikel. Ich war gestern, um ehrlich zu sein, seit lange mal wieder laufen und ich habe mich wirklich aufgerafft, laufen zu gehen. Ich habe dementsprechend auch Muskelkater und ja, ich mache noch Sport und ja, ich möchte dieses Jahr und diesen Sommer auf jeden Fall wieder eine gute Figur machen. Ich habe wahrscheinlich über das Weihnachtsfest so ein bisschen zugenommen, aber ist alles noch im Rahmen nicht, was ich relativ, ich sage mal, schnell wieder mit ein bisschen Training und ein bisschen Ehrgeiz wieder hinbekomme. Und dementsprechend, ja, ich mache noch Sport und das ist auf jeden Fall, ich denke mal, für jeden auch das Richtige. Ihr solltet auf jeden Fall nicht den Kopf hängen lassen und weiterhin Sport treiben. So Leute, Frage Nummer zwei und Frage Nummer zwei ist quasi auf Englisch, aber er hat mich quasi gefragt, wie ich damit, wie ich dazu gekommen bin, mich so anzuziehen, wie ich anzuziehe. Und ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil eigentlich, ob ich schon immer so ein bisschen modeaffin würde, würde ich sagen, jein. Ich war früher schon wirklich immer relativ viel shoppen. Mein bester Kumpel hat damals auch in so einem Klamottenlern gearbeitet, da war ich, wenn ich ihn besucht habe, habe ich mir immer alles mögliche angeschaut. In Italien gab es immer, ich sage mal, relativ coole Sachen von Energy. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es ist so quasi die Miss Sixty von damals als Mann Marke und keine Ahnung, ich war immer so ein bisschen Style-affin, aber jetzt nicht so wirklich. Und ich finde, das Ganze hat sich bei mir so ein bisschen extrem weiterentwickelt durch quasi, ich sage mal, Social Media, Instagram. Man sieht, man kriegt Inspiration, man findet Sachen gut, man fängt an, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und da hat das Ganze für mich so ein bisschen den Lauf genommen. Ich war auch mehrfach auf der Pittiwomo und das ist natürlich auch ein riesiger Inspirationsplatz, wo man immer wieder coole Leute trifft, die wirklich cool angezogen sind. Und ja, man sieht halt auf Social Media auch jede Menge Leute, die wirklich, wirklich einen nicen Style haben. Und wie gesagt, ich bin auch derjenige, der sich nicht auf eine Style-Richtung festsetzt. Ich versuche immer so ein bisschen, meinen Stil zu finden und ja, dementsprechend, ja, schon, aber es hat sich alles auch bei mir weiterentwickelt. Und ja, Mode ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig. Ich mag das gerne, ich mag Klamotten gerne und dementsprechend, ja, ich bin da auch reingewachsen und das ist auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr interessantes Thema. So Leute, kommen wir zur Frage Nummer 3 und Frage Nummer 3 ist, ob ich mich entscheiden würde, wenn es nur die Möglichkeit gäbe, zwischen Sneaker oder Boots, wofür ich mich entscheiden würde. Zum Glück gibt es das Ganze nicht, weil man hat die Qual der Wahl. Man kann in Richtung Boots gehen, man kann auch in Richtung Sneaker gehen, aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, würde ich mich wahrscheinlich für Sneaker entscheiden, weil auch diese kann man ganz cool schick kombinieren und dementsprechend ist die Möglichkeiten, die man dann mit so einem Schuh anstellen kann, auf jeden Fall viel, viel größer. Ich würde mich für Sneaker entscheiden, aber ich muss es zum Glück nicht, dementsprechend, ja, kann man beides tragen. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage ist, wie lange ich schon mit meiner Frau zusammen bin. Kennengelernt haben wir uns 2012, zusammengekommen sind wir 2014, wir sind eine kleine Familie seit letztem Jahr, wie ihr schon wisst oder vielleicht ein oder andere mitbekommen habt, wir haben einen kleinen Sohn, der ist jetzt vor ein paar Tagen ein Jahr alt geworden und ja, ist auf jeden Fall, die Welt hat sich auf jeden Fall nochmal um 180 Grad gedreht, es geht nicht nur um einen selber, man darf nicht nur quasi nur an sich selber denken, sondern ich denke in erster Linie an meine Familie quasi und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heikles Thema und sehr wichtig für mich und ja, da wird der eine oder andere wahrscheinlich auch noch hinkommen. Nicht jeder möchte Kinder, aber ich kann es jedem eigentlich nur ans Herz legen, ist was ganz Schönes, aber die Erfahrung müsst ihr selber machen. Wie gesagt, diese Sprichwörter, das Tollste, was es gibt, hört man immer wieder, aber im Endeffekt, mach deine eigene Entscheidung, mach deine eigene Erfahrung und für mich ist es auf jeden Fall das Schönste, was es gibt, eine kleine Familie zu haben und ja, wir kennen uns quasi seit 2012. So Leute, dann haben wir die nächste Frage und die nächste Frage ist, Haare wachsen lassen während des Lockdowns oder versuchen selber zu cutten und ich kann euch sagen, wie ihr hier schon seht, ich lasse sie wachsen, ich bin ja kein super Typ, der sich die Haare selber schneiden kann, ich habe das beim letzten Lockdown mal probiert, ist auch ganz okay, aber aktuell komme ich mit der Situation noch gut klar, ich trage viel Käppi, ich trage viel Mützen und dementsprechend komme ich so auf jeden Fall klar, wie gesagt, die Haare müssen nicht immer perfekt sein für mich und gerade des Lockdowns kann man ja eigentlich sowieso nicht machen, deswegen seid einfach geduldig, bevor ihr irgendwas verkackt, würde ich jedem empfehlen, wartet einfach ab und schneidet die Haare vielleicht nicht selber, sei denn ihr, ihr seid mutig, ich bin es auf jeden Fall nicht. So, nächste Frage ist, Meinung zu G-Star und Rikon. G-Star, auch quasi eine Legendenmarke meiner Jugend, viele Leute haben sich da und ich hatte auch viele Sachen von G-Star, aber ja, es gibt eigentlich kein Aber, es ist einfach nur eine Marke, wo ich mich nicht so sehe, es gibt viele Leute, die das tragen, auch vollkommen in Ordnung, die Sachen sind nice, die Sachen sehen cool aus, wie gesagt, man muss immer schauen, was zu einem passt und aktuell sehe ich mich bei G-Star zum Beispiel nicht. Rikon macht echt ganz coole Sachen, muss ich sagen, die haben immer wieder mal in ihren Kollektionen so ein paar Highlight Pieces, die Kollektionen sehen manchmal ein bisschen dunkel aus, ein bisschen, ja, sehr dunkle Töne, finde ich aber trotzdem nice und qualitativ auch hochwertig. Ich habe sogar ein Smoking von Rikon, also wie gesagt, Rikon kann ich auch jedem nur ans Herz legen, ist eine gute Marke, eine schöne Marke, genauso wie mit G-Star, wie gesagt, ihr müsst immer schauen, was zu euch passt, aber generell gibt es jetzt keine schlechten Marken für mich. Es gibt einfach nur Marken, die vielleicht nicht zu mir passen oder die ich nicht so trage, aber ich bin auch immer wieder offen für solche Dinge, weil es kommt immer auf das Piece an, es kommt nicht nur auf die Marke an, ich bin nicht so markenaffin, sondern die Sachen müssen eigentlich ganz nice sein und dann kann man auch schauen, dass das ein oder andere vielleicht zu einem, ja, dazugehört, zukommt, etc. Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht negativ. Die nächste Frage ist, ob ich noch Kontakt zum Costa oder Daniel habe. Natürlich, wir sitzen jeden Tag zusammen in einem Office, aber jeder hat seine eigenen, ich sag mal, seine eigenen Sachen zu erledigen. Ich habe genauso noch Kontakt weiterhin, wir verstehen uns gut und es ist alles in Ordnung. Ja, eigentlich alles unverändert, dementsprechend, ja, alles gut. Auch wenn man sich nicht immer in Instagram-Stories zusammen zeigt, auf jeden Fall noch alles in Ordnung. So, dann die nächste Frage, Canada Goose oder Woolrich, jetzt wo du von beiden Premium-Marken je ein Parka hast. Ich würde sagen, die Frage ist sehr schwer, beide Parka sind sehr schön, das ist das gleiche, als wenn ich fragen würde, BMW oder Mercedes. Das ist eine Sache des persönlichsten Geschmacks, wobei ich bei mir sagen muss, mir gefallen beide Jacken sehr, sehr gut. Beides ist hundertprozentig Premium und dementsprechend habt ihr einfach die Qual der Wahl, wo ihr euch besser seht. Probiert die Sachen an, guckt, was euch besser steht, welche Schnitte euch besser gefallen, welche Farben. Und ich kann weder was Negatives über die eine noch über die andere sagen, beide Marken sind auf jeden Fall durchaus positiv, beide super Premium. Und dementsprechend kann ich natürlich und möchte ich auch nicht sagen, hey, das ist besser, das ist schlechter, weil es nicht der Fall ist. Dementsprechend schaut einfach, was für euch das Bessere ist. Dann habe ich die nächste Frage und die fand ich eigentlich ganz lustig, deswegen habe ich die mit reingenommen. Kann man mit dir mal Warzone spielen? Ich habe das eigentlich nie, ich habe ein paar Mal in meinen Instagram-Stories auch gezeigt, dass ich auf Twitch streame, aber ich streame immer noch fast täglich auf Twitch. Allerdings morgens vor der Arbeit, ich bin morgens dann immer so gegen 6 Uhr online, versuche dann sind wir so bis 10 Uhr das Ganze zu streamen. Da bin ich dann meistens mit ein paar Leuten am Zocken, aber das Ganze ist ganz unabhängig gesehen von Instagram oder YouTube etc., wo das Ganze mehr um Style geht. Das ist Gaming und das halte ich schon eigentlich bewusst sehr getrennt, weil ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das bin zwar beides ich, aber im Endeffekt nicht derjenige, jeder der es mag, zockt auch gerne. Dementsprechend möchte ich auch keine Leute irgendwie, ja keine Ahnung, vergraulen oder denken, dass ich jetzt irgend so, keine Ahnung, manche Leute haben halt Vorurteile. Und dementsprechend habe ich mich eigentlich dazu entschieden, das Ganze so ein bisschen zu trennen und auf Instagram zum Beispiel gar nicht mehr publik zu machen, dass ich am Streamen bin. Die Community, die entsteht auf Twitch, freue ich mich drüber und wer da gerne abchecken möchte, dass ich da am Start bin, kann das gerne machen. Link findet ihr unten in der Infobox. Ich bin da wie gesagt täglich am Start, bin immer mit ein paar Kollegen am Zocken. Aber das ist auch was ganz anderes, weil Zocken und dementsprechend, ja, YouTube oder Instagram sind auf jeden Fall Mode, sind auf jeden Fall zwei verschiedene Themen und ich trenne das. Und wer es möchte, kann gerne vorbeischauen, kann gerne da mit mir mal zusammen ein Ründchen zocken. So, dann die nächste Frage ist, wann lost du bei YouTube die Gewinner von deinem Weihnachtsspecial aus? Die findet ihr jetzt aktuell. Ich habe den Gewinner, weil ich die Frage gesehen habe, gerade eben ausgelost. Also den Gewinner unter dem Weihnachtsspecial findet ihr da. Kontaktiert mich einfach, dementsprechend lasst euch die Sachen zukommen und ja, die Gewinner sind auf jeden Fall ausgelost. Dann natürlich auch noch eine allgemeine Frage, wie ich überhaupt mit dem Lockdown umgehe. Ja, es ist ein bisschen schwierige Zeit, weil ich finde, das Ganze, auch wenn man nicht viel machen kann, nimmt einem schon extrem viel Energie. Man ist meistens in seinen eigenen vier Wänden oder mal im Office. Ich sehe mich ansonsten nur einkaufen und ich war jetzt letztes Wochenende mal kurzfristig mit meiner Frau in der Stadt. Ist aber alles auch zu und du triffst auch nicht viele Leute da. Aber ja, es ist eine schwierige Zeit für jeden, auch für uns. Und keine Ahnung, versuchen das Beste daraus zu machen, nicht in einen Trott zu verfallen, sich weiterhin auf jeden Fall zu motivieren. Und ja, hoffen, dass die Zeit bald vorbei ist. Und das ist auf jeden Fall bei mir der Fall. Mir geht es jetzt gar nicht prinzipiell um das Thema Reisen oder Sonstiges, aber einfach mal wieder mit Freunden sich treffen. Einfach mal wieder was essen gehen, einfach mal in eine Bar gehen. Einfach so ein bisschen den Alltag wieder so ein bisschen, keine Ahnung, genießen zu können. Da freue ich mich auf jeden Fall extrem drüber. Ich denke, das sieht er ja gleich und ja, mit dem Lockdown. Ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen. So, dann habe ich noch die Frage. What's your opinion on Rare Trio? They just got inspired by the three of you of full-on copycats. Um Gottes Willen, also ich kenne die Jungs. Also ich kenne sie nicht persönlich, aber natürlich, wenn das im Griff. Die Jungs sind auf jeden Fall auch auf Instagram unterwegs und ja, Leben und Leben lassen. Alles entspannt. Ich finde es cool, dass die das zu dritt so durchziehen. Wenn wir, der Daniel, Kosta und ich, da quasi so eine Inspiration für waren oder auch nicht, freue ich mich darüber. Höchsten Respekt an jeden, der da Gas gibt. Jeden, der da versucht, Content zu kreieren. Jeden, der da versucht, Leuchten zu inspirieren. Jeden, der da versucht, irgendwie ein bisschen aktiv zu sein. Ich sehe das, ich sehe das auf jeden Fall durchweg positiv. Die Plattform etc. ist groß genug und jeder hat da Recht auf quasi eine, ja, eine Followerschaft mit Leuten zu connecten. Social Media ist auf jeden Fall auch was sehr, sehr Nices und dementsprechend gönne ich jedem alles und auch den Jungs gönne ich auf jeden Fall alles, alles Gute. So, dann haben wir noch. Welche Kosmetik benutzt du? Körperpflege, Haarpflege, Zahnpasta, Wachs, Wachs, Gesichts etc.? Also ehrlich gesagt, relativ komische Frage, weil ich bin eigentlich so der stupide, ich würde sagen Mann. Ich benutze eigentlich relativ wenig Pflegemittel. Ganz normales Duschgel, ganz normales Shampoo. Wobei ich auch lernen musste in letzter Zeit, dass das Ganze auch Unterschiede hat. Shampoo ist für die Haare, Duschgel ist für den Körper. Und meine Frau lacht mich immer aus, weil wenn sie sagt, gib mir mal das Shampoo, greife ich noch regelmäßig zum falschen Produkt. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Und ich versuche einfach, ich habe jetzt keine speziellen Sachen, einfach eine normale Gesichtscreme etc. Könnte ich jetzt nicht sagen, ganz normale Haarprodukte von, was weiß ich, ich benutze einfach Taft Haarspray und Taft Wachs oder so. Aber wenn ich höherwertige Premium-Produkte da habe und die Sachen sich ergeben habe, benutze ich auch sowas. Also ich bin da nicht festgefahren auf irgendwas. Ich bin auf jeden Fall auch nicht irgendwie der Typ, der sagt, hey, das ist das Ultimative, weil ich mich da einfach viel zu wenig auskenne. Ich habe immer wieder das Glück, dass ich ab und zu mal Sachen bekomme und die sind auf jeden Fall immer nice. Aber ich bin auch einfach so manchmal so ein bisschen so ein, ja, stupider Mann. Und dementsprechend kann ich euch dann nicht sagen, hey, checkt auf jeden Fall das ab, das ab. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Ahnung von habe, ist Parfums, aber auch nur so marginal. Und dementsprechend, ja, das ist so meine, ja, wie ich damit umgehe, mit dem Thema. So Leute, das war es an der Stelle. Ich hoffe, euch haben die Fragen gefallen. Wir waren sehr allgemeine Fragen, paar modebezogene Sachen, paar private Sachen, paar, keine Ahnung, alltagsbezogene Sachen, paar Corona-Sachen. Ihr habt das Ganze gesehen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich werde sowas demnächst auf jeden Fall wieder machen, vielleicht dann auch ein bisschen mehr auf das Thema Mode. Aber ich fand es auf jeden Fall nice, dass Leute sich dafür interessieren. Und dementsprechend, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Vergesst auf jeden Fall, ein Abo und ein Like da zu lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.